Und tschüss Und da fährt sie davon Gen Heimat Kommt aber Hier unten ist erstmal ne Schleise raus Wo ist der Da muss die was Das wo du angehalten hast Wegen Knopf 1 und 2 Das geht aber vom Rückweg verhältst du das Mann So ja Wird schon nicht gleich von Ohren Ja Rausspringen tun die dort nicht Nö Hier ist noch eine Die musst du glaube ich raushauen oder so Ja die Lohre kaputt machen Ja entweder das Oder warte mal wie war denn das Da gab es auch eine Schiene Das wirft die raus oder so Hm Ja komm Hallo Hast du mein Seil gefressen oder was Ja Immer durchgekaut Sag mal doch Guck mich das an mit deinen schwarzen Ohren Was will denn die Pilzkuchen oder hier Die ist Ach da steht noch ne Lohre unten Klobe Ha Verstehe Du musst hast die Lohre hast du Lass los Lass los Alter Dann Schön Juhu Nein Alter hier stabeln sich die Lohren Jetzt habe ich die Schiene weggemacht Warte 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 So 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 Kuh Nummer 1 Hey schubst du nochmal an So Nummer 1 ist auf dem Weg Reicht das? Reicht das? Reicht das? Schubst Nummer 2 Und schüssen So die kannst du nehmen Ich habe noch welche einstecken Okay Juhu Und da machen sich die Pilzkühe Ich hoffe das reicht Mit den Pilzkühen Dass die auch die Entfernung schaffen Weil wie gesagt Die Lernlohn die schaffen nur Viertelstens oder der Hälfte Ach so das ist so laut Ich drehe jetzt den Kompletten Sound Runde Ja Warum ist denn das hier offen? Ich habe doch alles verschlossen Hier durfte Gocke Skeletten öfftauchen Wo ist denn die offen? Ja Vorher von so schön was bei mir Ja Boah Ich kriege ja Plack Ich habe extra alles Du hast ja natürlich den Schub da Verloren ne Also du läufst vielleicht noch mal zurück Und tust dann noch mal Nö 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 Es geht schon Muss halt nur Da ist dann irgendwie der Schub weg Aber ich nehme mich so Irgendwie so Keine Ahnung Ja Lief dann nur noch mäßig Es geht schon Muss genau erwischen Die Platte Nicht zu früh Nicht zu spät Jetzt habe ich wieder Vollen Schub Muss man im Video sehen Wie ich es meine Ähm Danke Zombie Seid ihr der Zombie mich Jetzt nicht angeschubst Dann hätte ich auch Mich auf der Platte Wieder abgebremst Statt nur zu aktivieren Und Der Pilzkühe Schauen wir da entgegen gekommen Irgendwo Ja Also Also das funktioniert Mal seh ich was Hallo Mr. Skelett Ach du Skelett auf dem Weg Du neben dem Weg Der versucht mir nachzulaufen Okay Das sind da Schalter Ich habe doch zwischendurch Immer die Zwischenstation gehabt Wo ich gerade hingebaut hatte So weit wie ich war Dann habe ich manchmal Die Knöpfe und Schalter vergessen Mit wegzumachen Ja Boah Ich muss doch langsam mal ankommen Die Fahrtdauer Drei bis vier Minuten Insgesamt Furchtbar Es ist ein ewig langer Tunnel Hör mal vor Du hättest Wir müssen das lösen Aber mit Seil Tschüss Tschüssi Kowski Das habe ich ja gesagt Herr U-Bahn Bin ich eigentlich schon Auf Aufnahme gegangen? Ja Kannst du auch machen Drecksau Aktiviert sich trotzdem weiter Weil ich auch noch Die Aktivierungsschienen Vor den Sensorschienen habe So Das war stuf Oder warte Wie hießen sie? Ne Antriebsschienen Das andere sind die Sensorschienen Ja Sensorschienen vor der Antriebsschienen Hey Ich sehe die Pilzkühe Bis am Ende Bahnfrei Ne Bis aber nicht ganz am Ende Wurde sind wir zurückgerollt? Bahnfrei Kartoffelpreis Könnte natürlich Ne Die müssen Normalerweise gestoppt werden Gab gerade einen kleinen Lohnunfall Vorwärts Ein tragiges Zugunglück auf der U2 Ein tragiges Zugunglück Es kann zu weiteren Verzögerungen im Fahrplan kommen Vorwärts Geh zurück Muku Oh ihr seid doch schon am Ende Mach keinen Scheiß Ist jeder da hinten das Ende? Nein Nein Klaus das ist das Ende Verfickte Scheiße Ich muss ja mal den Stop einbauen Ein Muku Stop Ich hoffe ja dass der Hilft Okay der nützt gar nichts Was machst du jetzt? Alter Alter Ich versuch die Kühe wieder zurück Alter 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 bleib stehen Bleib stehen du Mistvieh Bleib stehen Die ist weg Die ist weg Die ist weg Aber wer die seine Musstest du ja noch zurück Hauen und die Hunde Ey die ist aus der Lohre raus Ach man Muku Muku Rotz Warum sind die wieder zurückgekommen? Geh laufen und sprinten Warum gehst du in meine Richtung? Geh mal weg Hör auf die anzuschieben Es geht nicht Bauen eine Schiene ab und fertig Du Was ist das? Ich krieg die Scheiße ich krieg die doch nicht Wie ist immer den Chunk vor mir Der gerade lädt Und noch viel weiter Ach scheiße Bauen wir vorne ein paar Schienen ab Ah Schön Ich mach das auch aus Ich mach das auch aus Ich mach das nochmal zurück Ene hast du jetzt Nee Die sind alle Beten da nach hinten Oh ernsthaft Ja Ist zwar nicht wieder das Mainz Ja mit vollem Schuh Oh Ich mach das auch aus Das ist voll ätzend Hast du denn das gemäht hier? Ne, ich hab doch gesagt, ich hab mich geirrt Mich hat so ein Zombie angeschubst Da der Scheiße Scheiß knapp hinbauen Sensoren sind echt ätzend Ähm, hey So, ich fahr jetzt nochmal zurück Gleiche Richtung Ich hab hinten jetzt ein Aus... Ja, ich hab sogar ein bisschen mehr Schub rauszuholen, aber das geht nicht Ich hab jetzt hinten noch einen Ausläufer gebaut Das heißt, wenn du in die Richtung Zum Minenanfang fährst Also wo wir jetzt äh Wo sie eigentlich hin sollen Fahren die am Rand dann vorbei Nicht direkt auf dem Startpunkt, sondern Auf dem Ausleger Und dann kommen die auch dort nicht mehr zurück eigentlich Einfach nichts vor die Schienen bauen So, eine hab ich jetzt schon mal ohne Lore befreit Von der Lore Gelöst Äh, wo ist sie denn jetzt hin? Äh, hallo? Scheiße, ich hör die Ohne Tod Gut Jetzt liegt ja einfach nur da Ich kenn's auch unter dem Pap, aber... Oh, Muku, Mann Erschreck mich schon mal so Komm, komm Ich hab dich in der Mine versteckt Du, die Kotti reagieren nicht auf Pfeifen Nimm scheiß Seitengang Hallo Du blödes Missvieh Lauf zu Alter, hier ist was auf dem Weg 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 Ach, danke So, die Hände schub ich jetzt schon mal zurück Ah, das geht aber gar nicht, ey Die Leute mitten auf dem Weg Die ist... Ich hoffe dein Ausläufer äh Funktioniert Ist hier so eingetaktet Das funktioniert Hoffe ich Dass die von der Schiene sich roh noch schubsen Die auf der Schiene bleiben und sitzen Dann können die immer noch zurückrollen Also nicht Eine Fackel Zweite Fackel Dritte Fackel Vierte Fackel Fünfte Fackel Sechste Fackel Siebte Fackel Achte Fackel Neunte Zehnte Hefte Zwölfte Zwölfte Dreizehn Ah, die ist... ist ein Stopper drinnen Die geht... es geht nur in eine Richtung Ja, ne ist... Stopper Ah, da ist ein Stopper drinnen So ein... so ein... so ein... Schienenstopper Hier hab ich keinen vollen Schub Was ist denn da los? Was ist denn da los? Entweder wir müssten die hier Dauer aktivieren Weil wenn du hier zwischendrin mal anhältst, ist voll ätzend Ja, das fiel mir dann später auch mal ein, dass ich eigentlich hätte auch Redstone Fackeln drunter setzen können Das hätte auch schon gereicht Aber auf die clevere Idee bin ich erst danach gekommen, als ich die ganzen... warte, wie hessen sie? Sensorschienen gebaut hab Das mit diesen Redstone Fackeln kam mir dann in den Kopf, als ich die Treppe hochgebaut hab Ja, das hab ich schon nicht verstanden, warum denn die Sensorschienen... aber ich dachte, wir haben ja nichts dabei gedacht Also... Ich mag's kompliziert Oder umständlich, besser gesagt Hm Ach, bin ich mal da? Ach nee, das ist der erste Zwischenstopp Der zweite Zwischenstopp war das Also... ein Drittel des Weges... Zwei Drittel des Weges haben Kuh ist übrigens langsamer, als ich Hm? Komm, schieb dich mal bitte an, Kuh Fahre zu Jetzt guckt er, schieb dich die ganze Zeit an So, wo ist denn die Kuh? Na 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 Da ist die Kuh Kuh Express So, du musst hier ein Stück hoch Noch ein Stück So, rechts Und... Abmarsch Herzlich willkommen hier bei... Kuh Transport Pilzkuh Transport Tatsache, die Kuh ist wirklich ein Stück langsamer Aber die... die schubst sich an Na, da passt ja Was geht? Jetzt geh ich den ganzen Zeit auf so einen roten... roten Kuharsch Mit Pilzen oben drauf Kuhu, Kuhu Bau die Scheiße jetzt ja erstmal ab, damit die hier nicht wieder so abhauen Kuhu, Kuhu Brauchst du bloß hinten die paar abbauen Ja, hab schon jetzt grad gemacht Und die Datschau wieder anfangen zurückzuerollen Und da hast du ja eine Daueraktivierte. Was ist eine Daueraktivierte? Das sieht so aus, ich weiß nicht. Ah ne, hat schon die gleiche Geschwindigkeit wie ich. Die Moku. So. Ich bin ausgestiegen, ich bin ausgestiegen. Ich trottel, ich trottel, ich trottel. Naja, demnächstes Mal noch ein Gehirngebäun. So, dann kann ich das Auto hochdrehen. Dann nerv ich schon. Ich bin so ein Idiot. Was denn du schon wieder? Ich bin ausgestiegen aus meiner Lohre. Pass auf, setz mal einen Knopf an die Wand. Dann setzt du die auf die deaktivierten... Ich wiss schon. Ich wiss schon. Du drückst nach vorne und drückst den Knopf. Ich hab auch grad keinen Knopf da. Uh, komm mit. Komm, wir gehen in die frische Luft. Wieso stecke ich schon in der Mine? Nein! Was ist mit dir jetzt? Wo willst du mich verarschen? Aber die hat's grad umgehauen. Hä? Die Kuh ist grad tot umgefallen. Können die bloß auf Mützel laufen? Nö. Eigentlich nicht. Ist eigentlich Wurst. Ich hab die aber auch nicht geschlagen oder so. Ich sollte hier die Treppe nöw. Die hat sich hier kurz an... Kurz an der... An dem hier... Ich muss sagen. Und dann ist sie umgefallen. Ich muss sagen. Die hatten eine Haare sofort gehabt. Die war schon alt. Das hat die... Das hat die... Das hat die ein bisschen zu sehr gestresst jetzt mit der Lohnfahrt. Zwischen die Beine. Ne. Mit der Lohnfahrt. Das hat die ein bisschen gestresst. Das geht gar nicht. Hin, zurück, hin, zurück. Ich kann da nochmal hinfahren oder was? Geil. Das ist nicht wahr. Hinfahrt dauert ja nur 3 Minuten. Alter, es geht so wach. Das ist nicht wahr. Ich wollte aber erstmal ein bisschen ankommen. Ja. Ich weiß nicht. Ob ich die Hälfte vom Weg schon hab? Keine Ahnung. Ich hab nämlich auch kein Knopf einstecken. Was? Kein Knopf einstecken? Ich hab kein Knopf einstecken. Mach da aus Holz hin. Ich hab noch nicht mal eins. Ich hab nur Stein. Das ganze Holz, was du eingesteckt hast, hast du... Ich hab... Warte mal, doch hier, ich hab einen. Einen hab ich. Ich hab doch einen. Doch, einen Halsblock hatte ich noch. Nein, da kannst du eh einen Knopf machen. Geil. Ich hab einen Knopf. Geil. Ja, ich habe es gerade probiert. Es ging nicht. Oh, ich bin unterwegs. Geil. Ich hoffe, jetzt ist hier nichts weiter vor mir, weil ich kann jetzt keinen Knopf mehr machen. Ich hätte aber eigentlich gleich in die andere Richtung fahren können und einen Kuh holen können. Ich trottel. Ach, jetzt ist es spät. Minus 524, minus 501, minus 480. Alter, dort hinten bist du noch. Ich habe doch gerade gesagt, ich hätte noch in die andere Richtung fahren können. Aber jetzt habe ich erst mal die Hälfte. Juhu. Da war ein Hebel. Hier ist ein Minengang und hier ist noch Eisen. Müsst du mich verarschen? Er hat ja die Minengang gegraben. Welchen? Die Hälfte dagelassen. Welchen? Da ja, am Anfang. Kann ich gewesen sein. Ich habe erst mal bloß gegraben, weil ich dann später rausholen noch. Und da war, habe ich mir aber dann in den Kopf gesetzt. Ne, scheiß drauf. Jetzt tust du erst mal außerhalb der Folge weiter hinten graben. Dass wir mal vorankommen. So. Und da habe ich ja dann dort hinten noch eine Mine angelegt. Aber auch unter der Pilzkuhinsel praktisch. Ja, jetzt noch eine Hebel. Krammer, Mappel, in der Wand rum. So. Drei Minuten, die das dauert. Bis da da ist. Haben wir echt jetzt in den letzten 57 Minuten damit verbracht, hin und zurück zu fahren? Ja. Und Kühe zu holen. Oh. Das ist voll bitter, Alter. Und eine hat es auch noch zerlegt. Warte mal, habe ich nicht eine Lohre gehört? Hau ab! Du, Muku, wie kriegt man dich jetzt hier raus? Ich will die nicht, nicht, nicht hauen oder so. Wie kriegt man die denn? So. Hast du die raus, ohne dass die Schaden geben hat? Soweit ich weiß, ja. Jetzt müssen wir noch abhauen. Boah, und jetzt stell dich nicht so doof an wie die anderen. Echt. Da rappelt's. Die wei zurück. Komm, wir gehen jetzt an die frische Luft. Die steckt mal in den Knast zu den anderen Kühen. Wollen wir erst mal ins große Gehege sperren? Ja. Und später dann trennen. Tun wir dann später trennen, ja. Hast du dir überhaupt ein bisschen frei gemacht? Ne, 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 das machen wir jetzt gleich. Das soll es ruhig zusehen. Das war nur wegen ihr ein paar Kühe schlachten. So soll es ruhig zusehen. Sag mal, jetzt bewegt ein fetter Arsch durch die Tür. Aber ich glaube, ne, das passt nicht. Das passt nicht. Warte, 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 warte. Ja. He is too big. He is too big. He is too big. Feind, die soll ruhig zusehen. Das ist so kein Mädel. Alter, du musst aber Kuh bestützen. Das ist voll schräg, ja. Das ist doch eine reise Mission. Heiße Woche. Echt, heiße Woche. Und zwei Kühen, aber eine. Einer hat es geschafft, wenn ich gleich Vierer schicken soll. Einer ist auf der Treppe vorhanden. Direkt am Treppenabsatz. Finster. Ich habe doch gesagt, die war alt. Die hatte Lohrenfahrt nicht so verkraftet. Das ist auf der Treppe vorhanden. Das ist auf der Treppe vorhanden. Nichts, nicht. Das ist auf der Treppe. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020